Das Manuskript ist komplett übersetzt und redigiert. Geschafft bin auch ich und das gesamte Team, denn was wir uns in den letzten zehn Tagen vorgenommen hatten, das war schon ein echter Parfumsritt. Wir hatten zehn Tage eingeplant und sind am zehnten Tag fertig geworden. Punktlandung. Wir haben jetzt noch das Besondere, dass wir entgegen dem, wie wir es üblicherweise machen, die Satzarbeiten in der Setzerei über Nacht vornehmen müssen. Und wir werden vor Ort auch noch einen Korrektor haben, der dann gemeinsam mit dem Setzer festlegt, ob die ein oder andere Änderung umgesetzt wird und wie sie umgesetzt wird. 800.000 Bücher oder Millionen Bücher zu drucken, das ist kein Pappenstiel. Das sind ungefähr 40 LKW-Ladungen. Wieder auf dem Weg zum Elektroautor, der Piede, die Decken, schon fertig. Wir wollten es mal zeigen. Und wir müssen diesen Umfang erreichen, kostet was es wolle. Der Endpunkt ist ja erst angekommen, wenn das Buch im Handel ist. Und es ist schon noch ein Unterschied, ob man mit einem Manuskript arbeitet oder ob man wirklich das fertige Buch in Händen hält. Das ist ein ganz besonderer Moment. Das geht jedem hier im Hause so. Das geht auch bei jedem Buch so. Und insofern wird es sich noch ein bisschen hinziehen. Aber eine gewisse Phase der Beruhigung, glaube ich, die kann man jetzt schon konstatieren. Untertitelung des ZDF, 2020